So. Nachdem ich abgebrochen hatte ging es auch schon los. Leider verpressen wir eigentlich die ganze Stocken gut. Da ich immer die schönen Videos wegdrücken muss. Wir werden aber nicht eingekommen, sobald wir an diesen hohen Gebäuden vorbei sind. Verdammt, die Straßen sind blöken. Es gibt noch eine andere Straße. Rechts von uns. Allerdings sehr schmal. Okay, los geht's! Ich bin ja wirklich sehr schmal. Wille, komm hier runter! Wir müssen die Lupen dicht machen! Ohne Impfung nehmen wir das ein Windflug! Okay. Schön langsam, mein Freund. Nee, du? Das wird ja immer besser. Ich kann mir doch das mal was vorstellen. Na ganz ehrlich. Was ist das denn alles? Oh, auf dem Dach komme ich ja mit meinem Geschütz nicht. Oh, jetzt nicht mehr. Letztere. Böchtere Schweine! Ich kann doch nicht mehr einfach durch. Ist alles vorn. Ich würde gern aussteigen. Aber es geht mal wieder nicht. Ach man, die sind ja zu viele. Wo man einfach nicht weiß, was man machen soll. Ja, und die Hunde bewegen, ne? Würde ich doch gerne. Achso, ich war einfach. Ja, ich habe auch gesehen. Zur Bank geht's gar nicht. Fuck, los. Feuern und fortsetzen. Jawohl. Es sind drei, vier, Mission 1-3, wir sehen euch. Was sind die denn alle? Es gibt keine anderen. Los. Ich glaube, wenn die es so erzöhnen kann, dann fangst du hier gerade als große Wunder ausüben, letztes Mal. Genau, da waren mir die Bösen, jetzt sind wir die Guten. Wenn ich das so richtig verstanden habe. Ach, hier ist es noch. Aber hier ist eine Pause geist. Ich glaube, wenn ich es so richtig verletzt bin, ist es schon so richtig, dass er es nicht so richtig verletzt wird. Ich hab sie mit mir gerade in die besteht. Das Auto ist wie traurig geworden! Schnaufe für Evalidation! Aufhalten! Sie kommen! Was auch immer es ist, ich hoffe, es ist es wert! Kumpel ist auf Takt 3 entfernen! Wechsel jetzt! Was ist das? Keine Ahnung! Wechsel einfach! Dazu hier geht es nicht um uns, sondern um eine mögliche Atomwaffe. Die Atomwaffe ist wahrscheinlich gesteckt. Eben! Atombombe? Verstanden! Wir müssen sich erstellen! Sehr sehr laut! Ich höre euch! Werde tun, was ich kann! Wechsel wieder zum Operationskanal! Es wird 1-3! Ich wiederhole! Hier ist 10-4-0! Wir sind in 30 Sekunden da! Haltet euch bereit! Verstanden! Verstanden! Okay, in LZ mit gelbem L! Wir haben nicht Kontakt! Da kommen sie nicht schnell! Hälfte 3-1! Achtung! Mehrere 2-1! Verstanden! 3-4! Verstanden! Mehrere 3-1! Mehrere 3-1! Mehrere 3-1! Versоре 3-2! Was soll ich abschießen? Also ich schätze mal da. Wenn ich hoffe, das. Runde ist bei der Runde ja nicht! Ach, wir müssen! Wir sehen 4-0, 1-3-4 Unser Abzug ist eventuell in die Fahrtraumpflicht Können wir den Mid-Bend 1-3 abgeholt werden? Negativ Wir sind schon mal an Abzug auf den Weg Abzug auf den Weg Verstanden? Wir sind noch einmal 1-3-4 1-3-4 1-3-4 Abzug auf den Weg Schelle Eingreifreserve sollte weit kommen und zu hoch Wie zieh dich mit deinem Held? Schnelles 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 Jetzt müssen wir noch weiter durchschauen Ich denke das kriegen wir hin Scheint doch nicht ganz so schwer zu sein Schnelles 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 Anvil 6-6 Anvil 6-6 Anvil 6-6 Hier Anvil 3-4 Erbitten sofortliche Unterstützung Wir stehen unter schwerem Beschuss Panzer ist langgelegt Sind kampfunfähig Verstanden Versuche Luftunterstützung abzufordern Wir tun alles was wir können Oh was Wir brauchen Sie aber jetzt Oh nein weil ich zugehörte Halt durch Kumpel Wir kommen Scheint es in der Sache zu sein Hallo Mr. Miller Richtig? Ich hoffe ich nicht mehr Ich hoffe ich nicht mehr Zum Erwachsen werden dazu Nicht? Wenn man Erwachsen wird Muss man die Unabwendbarkeit Des Todes akzeptieren Mr. Miller Die Unabwendbarkeit Mr. Miller Verstehen Sie? Mein Vater hat mich das gelehrt Für Ihr Kind werden Sie also ein Held sein Ich hoffe das tröstet Sie etwas Bruder Ich werde mich nicht sehen Amadei Herr John Eine Schande Ihr kommt in unser Land um uns zu töten Und nennt uns dann Terroristen Weil wir unsere Nation und unser Volk schützen Das ist der Preis den ihr bezahlen müsst Oh War das jetzt echt so geplant? Unser Halt Miller ist jetzt gestorben Und es wurde gefilmt und es gehört zur Story dazu Scheiße Ich kann das gar nicht wirklich glauben Was ich auch nicht glauben kann ist Dass das Video gerade ruckelfrei ist Und dass ich noch in der Aufnahme bin Ich guck mal wieder mal ganz kurz nach Tatsächlich Ich bin in der Aufnahme Ei 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 Naja die Nachtschicht werden wir jetzt noch machen Und dann werde ich erstmal wieder die Aufnahmerrunde beenden Schauen wir mal was uns jetzt erwartet Und wie lange das Laden noch dauert Oder dieser wunderschöne schwarze Bildschirm Und ein ruckendes Video jetzt sieht es ja schon wieder mehr aus Wie Aufnahme Oh jetzt wurde bestimmt gerade aufgeklärt ob wir erschossen wurden Ach, erstocken wurden oder nicht Scheiße Das tut mir wirklich sehr leid Ich würde schon gar nicht wissen ob wir jetzt noch leben oder nicht Das ist Coal Das ist Coal Das ist Coal Das ist Coal Ja verstehe Okay Knips die Lichter aus Wir müssen die LZ abdonkeln Fang an wenn du bereit bist Bin bereit Gut Gut Ähm Achso Mann, 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 Mann Also noch mehr aufs Licht ziehen geht doch gar nicht Ja Beeilung Sie können erst landen wenn es der Ausbildung ist Ja Verdammt nochmal Ist noch nicht dunkel genug Achso, ich schieb ins Licht rein und mich Guter Schuss Danke Das sieht schon besser aus Mehr davon Kriegst du Und das letzte Licht Mh Lassen wir mal schön spannen Lachen wir mal schön nachladen Ich will einen 9-9 Schuss haben wir noch Guter Schuss 1-4 LZ gesichert Habe Sichtkontakt Over Verstanden So, jetzt kommt der Nachschieb Wir müssen sie beschützen Das war ein 50 Mhm Ich meine, bei der Lautstärkung hätte das Licht eigentlich einen Unterschied gemacht Ich meine, bei der Lautstärkung hätte das Licht eigentlich einen Unterschied gemacht Jeder Jeden Moment würde irgendwas kommen Nur von nur Ja Verstanden Letzt sie zu Tremat Achte auf die Infrarotrechnung Tue 1-4 Wir haben Sichtkontakt 1-3 macht die Straße für uns frei Verstanden Wir müssen für Sichtkontakt nach rechts ober Sie in Position Wir müssen die Straße für Sie säuber Das sieht alles frei aus Das sieht alles frei aus 1-4 sind in Position Over Verstanden Rücken vor Was siehst du Blackburn? Im Haus, im Licht, ein paar Fenster Im Scheiß ins Dom Optimum Er steht